Wir machen eine Umfrage zum Thema Sommer und ich habe schon mein erstes Opfer ausgesucht. Hallo! Was ist der perfekte Sommertag? Sonne, Wasser, Baden, Eis, ja. Mein perfekter Sommertag. Sonnenschein, Baden gehen, in die Lernen zu müssen, Sonne genießen, feiern gehen. Hallo! Kann ich dich dann so hin und her bewegen? Ja, am Strand schon Party machen, aber nicht irgendwie in die Disco gehen, ist nicht so mein Fall. Eis essen, Baden und Eis essen. Und dann nochmal Baden. Vielleicht dann nochmal ein Eis und dann nochmal ein Baden. Und vielleicht mal zwei Eise hintereinander. Ich bin da in... Nee, das ist zu krass. Muss mal ein bisschen ernst bleiben, weil das auch nicht. Also, mein perfekter Sommertag heißt ein kühlen Caipirinha, ähm, Meer oder Wasser und Sand. Baden oder... Ja, nö, ich geh gern wandern und spazieren. Baden oder... Ja, nö, ich geh gern wandern und spazieren. Ja, oder auch in die Stadt, je nachdem, was es da Interessantes zu sehen gibt. Mein perfekter Tag im Sommer. An Strand stillen auf jeden Fall, also mit ein paar Leuten am Strand stillen, abends ein Lagerfeuer machen, surfen, Boot fahren. Häufig. Der perfekte Sommertag frei, nicht arbeiten, Sonne, Strand, liegen und einen Cocktail. Oder mit so einem kleinen Tretbrot irgendwo auf dem See. Gute Fahrer, gute Musik, nette Leute, mit Kumpels rumhängen, sowas halt in der Art. Gutes Wetter. Einfach einen schönen Tag mit meinen Kindern verbringen. Egal wo, egal was. Kein Sprintern. Das? Boah, ich komme eigentlich aus Holland, deshalb bin ich oberkörperfrei, weil in Holland ist jeder oberkörperfrei. Geht raus und get ice cream and shop, I guess, go to the beach. Am liebsten schlafe ich den ganzen Tag und esse. Grillen schön, genau, richtig. Hauptsache, Eis passt, ja. Und nicht zu warm, also wir kriegen jetzt 37 Grad hier weh die Wochen davor. Also 20, 25 Grad schon, aber nicht wärmer. Na, das kommt drauf an, also wenn irgendwo Abkühlung in der Nähe ist oder ein Wind weht, dann kann es auch wärmer sein, aber ansonsten eigentlich nie. Auf jeden Fall muss Sonne scheinen. Ja. Gute Musik, nette Leute. Gutes Essen. Ja, gutes Essen. Mit Kumpels schwimmen gehen. Bahnen, genau. Mein bester Tag sieht so aus, ich gehe in die Vorlesung, Vorlesung gehört dazu, ein bisschen Arbeit. Und nach der Arbeit kommt der Spaß, dann gehe ich so ins Schwimmbad, schwimme ein bisschen, schwimme mit meinen Freunden, kiffe ein bisschen. Ist ja erlaubt dort, ne? Also ich mache nichts Illegales. Ja, und so sieht dann der Tag in Holland aus. Schönes Wetter an den Strand gehen, luftiges Sommerkleid, Haare hoch. Schönes Wetter, baden gehen, Urlaub. Ja, im Sommer und im Winter auch. Also ich esse und schlafe gerne. Das war's. Ich habe keine Hobbys. Und ich trage gerne diesen Hut. Auch im Winter ist er ganz warm. Baden gehen. Ja, Picknick, mit Freunden irgendwo, im Park oder so. Party. Alles. Und dann, wenn ich noch was war. Wir machen ein, wir sind Personal- und Persönlichkeits-Coaching, machen wir, bieten wir an. Und wir machen so eine Deutschland-Tour. Und ja, das ist der andere Grund, warum ich nackt bin. Weil es geht so um Angst-Aufbau gerade. Party. Alles. Baden gehen. Ja. Und dann abends an die Elbe legen oder so. Ja, bei mir so Eis essen, baden, chillen. Ja, ansonsten fällt mir jetzt nicht ein, Spur treiben, ja. Ich habe noch nicht so viel gesehen, ehrlich gesagt. Aber der Bahnhof ist cool. Ja, ähm, der Bahnhof, äh, der Hauptbahnhof. Außerdem, äh, hier sind die Menschen sehr, sehr viel offener als im Westen Deutschlands. Ich finde Dresden ist schon cool, weil die Menschen auch da finden. Äh, es ist warm, die Sonne scheint, ja. Ja, man kann baden gehen. Eis essen sowieso. Also, äh, einfach nur nix tun, eigentlich so am Meer am Strand auf jeden Fall. Und vielleicht nicht gerade hier, sondern irgendwo... Italien vielleicht, oder sowas. Holiday School. Naja, mit meinen Freunden Eis essen gehen, oder so, ist schon, das reicht schon manchmal. Um ein bisschen runterzukommen, und dann ist es gut mit Freunden was zu machen und einfach mal Eis essen gehen, also. Ich möchte bitte, ähm, grüßen meinen Teddybären. Das ist ganz wichtig für mich. Teddy, hallo. Meine Mama und meine Tante aus Wuppertal. Und, ähm, ja, dann meine beste Freundin, ne. Die ist auch wichtig. Ähm, Strand, Sonne, Meer, Freunde treffen, in die Stadt relaxen. Ja, Eis essen. Baden gehen. Genau. Fabelhaft. Mit meinem Kind spazieren gehen. Ich hab zur Zeit nicht so viel Zeit für Party, deshalb. Wie sieht deine Lekas immer dran aus? Fahrrad fahren, schwimmen, ähm, mit Freunden was und daneben am Strand einfach nur so da liegen oder, oder einfach Eis essen gehen und, und den Sonnenuntergang genießen und träumen und die Wärme genießen, solange sie noch da ist. Musik Musik